Hey! Ihr Liebes, in Deutschland soll es doch so kalt sein. Ja, hab ich selbst gestrickt. Die Deutschen sollen doch so dreckig sein. Die Deutschen essen Schweine, Fleisch und Menschen. Echt? Die essen Menschen? Ich werd euch alle mitnehmen nachher, Mann, ja. Hier sieht's aber seltsam aus. Sieht ja genauso aus wie bei uns. Eine Riesenratte und dahin gibt's Riesenratten! Und das ist unsere eigene Toilette. Und was ist das für ein komischer Stuhl? Oh! Wir dürfen die Geschenke doch vorher nicht sehen. Die sind ja gar nicht verpackt. Familie, ich habe Überraschung. Wir sind jetzt Deutsche. Was sind die denn jetzt? Türken oder Deutsche? Deutsche? Nein, ich habe ein Haus gekauft in Türkei. Ach nee. In Heimat. Warum das denn? Wir waren alle zusammen. Wie früher. Früher haben wir auch alle in ein Auto gepasst. Krass, ey! Hier steht, dass die Bundeskanzlerin anbetend sein wird. Und dass sie sich freuen würde, wenn du als einer Million und erster Gastarbeiter etwas zum anderen sagen würdest. Hey, Angela! Wo Problem? Ich komme aus dem Osten. Du auch. Du auch. Wir beide. Oder vielleicht sollte ich besser singen. Meinigkeit und Recht? Und Freiheit, das teuter vor? Untertitelung des ZDF für funk, 2017